Dann, hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge UNO! 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 The Hust is real! Mit einer hoffentlich stabilen Verbindung, weil ich bin der Host. Host, ja, das lag als R nicht. She is the host. Verbindung stabil, Bruder. Ich dachte, jetzt kommt unsere Stabilung abgebrochen. Alter! Ah, ich sitze nicht neben Shea, geil. Oh, hi Kitma, hi Chi. Hi! Oh, ich bin direkt dran, machen wir den hier. Oh, guck mal, heute ist aber irgendwie, ist weniger mit Delay diesmal tatsächlich, finde ich. Ich hab den Mega-Delay. Echt? Ja. Sag sie nicht mehr. Oh, danke. Bitte. And right back to you. Gerne. Danke. Bitte. Es müssen Traditionen gewahrt werden. Nein, ich glaube, es wird schön heute. Ach, wir haben noch nicht die 7-0-Regel, okay? Nee. Alles gut. Ähm. Okay, ein bisschen Delay ist drin. Sorry, Chi. Ja. Welche Farbe willst du? Rot, bitte. Danke. Bitte. Dann. Ach so, ja, natürlich. Ich habe nicht mehr liegen, du musst auch hier ziehen. Nein, das ist das nicht so geil. Ich muss gerade die Musik ausschalten. Entschuldigung für den Bildabbruch. Ja, hier kommt Christian, mal noch mal. Oh, er freut sich, er freut sich. Ach, schade. Schade. Aber ich will rot. Oh, schade. Was ist mit euch? Was ist denn das jetzt? Ja. Niemand will rot. Doch, schon ich hier. Nein. Ich habe rot ganz gern. Ach, behalten. Behalten. Ja, ich glaube, sie hat eine Karte behalten. Ja, und? Grün. Grün. Gelb? Okay. Oh, mein Herz. Doch, du kannst Christian. Ist auch okay. Mann. Ich hatte auch, dass du vielleicht wenigstens eine blaue hast. Nein. Nein. Wir wollten los, dass diese eine Karte ist, oder was? Ah, schön. Äh. 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 Du schaffst das, Schatz. Oh. Ui. Okay. Ein paar sind ja andere Geld. Bleh. Ja. Was wolltest, Gucci? Rot. Immer noch. Ich finde es schön, dass Christian eine, ach Quatsch, äh, Kidmeine aufs Maul bekommt, aber ich mir die Farbe aussuchen darf. Können wir bitte mal drehen? Oh no. Nee. Bist du in die Kacke jetzt? Das, das gefällt mir nicht. Was denn? Hast du irgendwas? Nee. Absolut nicht. Dankeschön. Oh, wie Christian bestraft wird. Ich verlasse mich auf dich. Ja. Gerne. Du musst nur aussetzen, Christian. Oh, geil. Wieso, Gucci? Hast du was? Nein, absolut nix. Okay. Ich hab's denn noch eng. Ich hab's denn noch eng. Oh, das ist schon die Scheiße, ihr. Oh, wie ich hab mir gar Lust mehr. Gib's du. Ich will nämlich spülen was, du in die Kacke. Oh. Ja, dass sie keine Rotheit wusste, je bei mir brunsterlicher bezüglich der Zahl. Oh, geil. Geil. Ja, das ist ja sehr gut. Ähm. Die Farbe ist jetzt nicht so geil. Ja, dafür kann ich jetzt nix. Kann ich ja was dran ändern. Schatz. Du musst die Karten loswerden. Nicht sammeln. Mit dem blöden Spruch, den gibt's immer bei uns. Jede ist immerhin. Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, yeah. Das war jetzt lucky. Tatsache, ja. Das stimmt. Der hat aber auch noch eine Karte. Das ist so geil. Oh, no. Oh, no. Alice. Ja. Hast du was gegen die Chi? Kommt drauf an. Also, könntest du vielleicht so on top? Maybe. Können wir tauschen. Probier mal. Probieren wir mal. Ja, geil. Danke. Okay. Das ist ja einfach verbünden, ne. Oh, na. Schatz. Schatz. Ablegen. Ablegen. Nicht sammeln. Ach, sei leid, Alice. Die sieben Regeln. Nein. Nicht jetzt. Du meinst, weil dann dein Hobby des Sammelkartenspiels frönen kannst, oder? Ach, Schatz. Oder ohne Flip, ohne Flip wäre lustig. Ja, ohne Flip ist auch lustig, ja. Stimmt. Müssen wir irgendwann mal spielen, ja. Da drehst du die Karten um. Auf der Rückseite noch. Ja, genau. Da hast du quasi auf der Rückseite auch noch Karten. Da sind dann teilweise richtig fiese Karten drauf, wie so plus 5 und sowas. Oh, Schatz, warum denn? Was hab ich dir denn getan? Du musst Kotten wegklicken. Hab ich bei Loro gesagt? Ja. Hä, doch? Ich hab draufgeklickt. Ja, nee. Jetzt sieht das Spiel anders, Alice. Hat er scheinbar nicht erkannt. Genau, das Spiel sieht das anders. Spiel sagt nein. Oh, Diskriminierung hier. Aber ich hab draufgeklickt. Schatz. Was? Ja, Maus. Ich leg grad keinen Weg. Ich weiß nicht, was du hast. Wow, danke Guma. Das ist für die Plus 4 gewesen. Fuck you. Ach, fuck you. Ich find's schön, wir hier Kidman und ich Krieg haben und ihr beiden hatten Krieg. Wohin schneiden sich in dieser Lager. So. Ah. Oh, wie konntest du nur? Nein. Okay. Wir machen jetzt nicht Farbe wechsel dich. Warum nicht? Normal. Das ist okay. Ah. Wir wollen 6 haben. Ja, eigentlich recht gern. Ich hab mich nur gefragt, wer springt drauf an. Aber wenn das jemand drauf anspringt, war mir klar. Ich wusste, dass Christian drauf anspringt. Du bist ein Arschloch. Ich. Ich. Du bist ja nicht im Wochen. Nee, wir. Ja, Christian ist voll cool. Aber ich hatte eigentlich gedacht, dass Chie drauf anspringt, wenn ich ehrlich bin. Nee, weil ich wusste, dass Christian drauf anspringt. Die Christian ist zu lange schon in ihrem Leben. Ich geb den nur, wenn wir nicht gerne entspringen. Schatz. Hä? Alice? Was hast du mir getan? Von der musst du mir mal erzählen? Ähm, plus 2. Plus 2. Was hast du Lust mit dir? Ja, einmal. kleinigkeiten weiße wenn ich dir so als wenn ich dir auf den fuß dreht und rückst mit messer im bauch ist ja wohl ein kleiner unterschied dankeschön kittmann freunde kristian was möchtest du finde farbe grün was soll arschkopf okay christian was willst du eine farbe ist auch deine hausen ablaufen ja gut kommt dann drehe ich von dir weg soja das mag ich nein blau man diesmal war es bewusst ich fand das so cool einfach ich wollte alles beleidigen habe aus affekt einfach die beleidigen school ja ich weiß schon wie wie du zu mir stehst ist okay du arschloch blau merkt mich das doch mal ich stehe zu dir das ist das maul du hast mir vorher genauso aus geil christian das verdient das habe ich verdient christian das habe ich verdient christian macht doch noch mal und sie muss dann was gegen alles unternehmen ja ich habe nichts weil ich kann auch nichts machen ich hatte nur zwei gelbe wir machen noch eine runde nächstes spiel es sind sehr merkwürdige karten vor allem ich habe eigentlich ganz okay karten blau rot wie einfach so dies das holt die status am anfang der runde wieder komplett aussetzen ja schön was soll dir die scheiße du Ficker rot ja hier christian alle fünf wollt ihr euch in den raum nehmen oder was sonst zu schluss wir wollten ja kurz zu zweit spielen für alten zeiten willen und wir gehen ja Kippa du dummer Mann hey da ist er ja der dumme Mann einfach der dumme Mann ist Legende ist das eigentlich bei dir auf dem Kanal immer noch der Running Gag Cheat ja was du dummer Mann Ok. Beste Behögen. Wirst du ja gut oder böse? Gut. Ok. Hast du jetzt nichts gemacht? Doch, du bist ein ganz bisschen befordert. Das haben wir nicht erwartet. Hä? Was? Nein, Christian tut mir allein. Christian ist ja schon in coolen Jules. Blau! Ja, und lasst mich dann nicht spülen, du Dreckser. die hand nehmen wir können dir nicht immer zeigen wie es geht wenigstens das spielprinzip diese runde verstanden das ist natürlich böse ja gut ich hatte gerade lieber so böse gewesen also ja du kennst die antwort ja klar natürlich deswegen ja ja wohl ich hab kein blau ich hab kein blau aber in dem pfeil aber irgendwie schwarzen ja ja wo habe ich mir noch die vier einfach so aus prinzip wir brauchen noch eine ich habe keine chips ich habe immer noch einen toast neben mir liegen ja finde ich auch ich wollte sie los haben ja so zeig ich meine zuneigung zu dir aus indem ich dir karten schenke sein geschenk von mir ich darf nicht fluchen ich haue von youtube auch nachvollziehbar nicht anders habe ich gerade gezogen ja ist ok wieso konnte ich da jetzt gerade nichts drauflegen du ich habe sie nichts anderes ich habe sie nichts anderes ich habe sie nichts anderes du wie war das mit dem nicht fluchen hast du das keine beleidigung diesmal bin ich nicht schuld wenn seine folgen nicht monetarisiert werden möchte ich mal kurz anmerken wie war das noch ich muss wenn ich wenn ich mit ski aufnehme kennzeichne ich der sicherheitshalber sämtliche folgen mit sexuellen inhalten mit umlauteren verhalten mit hasserfüllten reden solche geschichten immer dass ich immer noch sehr überzogen finde helga alles weißt du was alles macht doch nochmal vielleicht sollten ihr zwei euch ein zimmer nehmen wenn wir zweimal gedreht haben das geht schon die ganze das ganze aufnahme session so ja natürlich du bist so ein dreckiger hässlicher Fisch ne Alice blub blub also während ihr vor euch hinstreitet mach ich einfach mal ok es ist jetzt aber sehr gut was wir es ist alles nicht so gut was wenig karten du solltest dringend mal ein bisschen pause machen in ruhe überlegen wie der nächste zug aussehen könnte denk mal in ruhe über dein leben nach Alice das ist das erste mal in der aufnahmesession dass ich auf zwei karten runter bin dass ich auf unter fünf karten runter bin ich hab schluck auf g du musst was gegen deinen loverboy machen ja ich versuch's bleib bei gelb orange ich glaube er hat bei gelb geändert du musst es du musst es oh wow wow ist dein Arsch ich bin 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 wobei das mal ziehen zu lassen war auch schön es tut mir leid ja das beruhigt mir auf einer anderen hebelle das war traurig jeder was mit jedem oder wie sehr schnell weil du das doch mal ich bin dafür dass wir bei rot bleiben doch komm ich schön viel spaß bei dem versuch eine nummer zu legen ich nicht ich habe ein bisschen angst vor ellis 20 20 wir bieten 20 das ist fantastisch ja ja genau deswegen habe ich angst gehabt genau schön die runde gedreht worden ist doch jetzt die richtung finde ich nicht so cool das war ausgleichen das kam am anfang so super karten und dafür musste jetzt ausgeglichen werden 23 sobald man über 20 karten hat das ist echt schwer den überblick zu behalten weil die dass ich dann zusammengruppen war ja easy das macht keinen sinn rot auf rot und ich habe ja gelegt ja ich weiß nicht dass christian kein roter deswegen bin ich bei rot geblieben die runde entwickelt sich zu schauen wie viele karten er das haben kann ich bin trotzdem ich habe noch nicht ein bisschen leid drauflegen kundest das ding drehen ich möchte rein aus spaß würde ich jetzt was drauflegen nichts passiert aber bevor ich dann nicht mehr ziehen kann welche farbe blau rot das geheimnis bei ellis von ellis bock welche frage musst du immer als erstes sein welche frage welche frage als erstes ich habe ich habe von den anderen beiden die meisten karten wenn du mich siehst alles die ich christian Nein, Alice, nein, nein, Alice, du bist so ein Sack, so ein Sack, Mann. Nein, da gibt's, ich will nicht auf die dunkle Seite, we have cookies, das ist mir scheißegal. Ich hätte jetzt ein bisschen gelangst, wenn ich noch einen plus zwei hätte. Oha, du sagst nein zu den Cookies, na dann. Oh, danke, danke. Das gefällt mir jetzt nicht so. Aber was für die Kacke? Entschuldigung. Welche Farbe wollen wir? Blau, grün oder rot? Danke, Alice. Du warst zu spät. Alles nur nicht gelb. Ich hab in dem Moment geklickt, und dann fang was zu reden. Mann, Mann, Mann. Nee, Frau. Frau, Frau, Frau. Wie dauert das? Ja, ich weiß noch nicht, was ich mag. Legen, ohne spielen, sitzen, atmen. Äh, Alice? Äh, ist okay, oder? Nee. Ach, du bist so ein Arschloch. Ja. Du hörst drei Karten, natürlich. Ja, nee. Du brauchst jetzt nicht mitreden, Schatz. So reden jetzt die großen Kinder. Ja. Ach, du bist nicht groß, Schatz. Okay, so wie du. Nicht, wenn ich meine Schuhe anhabe. Boah, die sind supergeilen Schuhe. Ja. Boah, die sind supergeilen Schuhe. Boah, was ist denn die Kacke? Ja. Hallo? Du warst auch gerade nicht lieb zu mir. Das ist natürlich jetzt sehr blöd. Oh, ja. Du bist so ein Dreck, Schatz. Das ist jetzt so unangenehm für mich. Aber? Was für mich leid. Ach, Gigi. Ich finde das supergut, Gigi. Weil dann kann ich nämlich den hier machen. Ach. Was hat mir jetzt mit dir zu tun, Christian? Ich will einfach noch nicht, dass Alice in meine Richtung geht. Aha. Hat der immer Angst vor mir? Ich würde das gesundere Seck nennen. Ich würde das gesundere Seck nennen. Geht Alice in die Richtung, du Sau. Egal, wie oft ich diese Runde drehe, sie wird immer wieder zurückgedreht. Das ist mein Schicksal. Ich komme immer wieder. Dann machen wir wenigstens Gelb. Ach, Leute. So, Frage aller Fragen. Wer versteht diese Referenz? I always come back. Das ist doch so ein Spiel. Ja. Aber du hast mir mal gesagt welches. Dominator. Ja. Schatz. Weiß es jemand von den anderen? Nein. Five Nights at Freddy's. Wir haben nie gespielt. Nein, Anni. I always come back. Du hast zu wenig Quatsch. Schatz. Ja, keine, dass ich nicht will. Komm, Alice, gib der Tee doch nochmal ein paar Karten, hm? Nein. Du hast doch bestimmt noch mindestens drei plus vier und fünf plus zwei. Dankeschön. Was ist denn jetzt diese Musik eigentlich? So, Aids sind happy. Ich dachte, Aids sind richtig. Die ist aids und glücklich. Ja, schon. das grün ist sie die kacke so ja ich habe meine karten halbiert ja geht es jetzt ich empfüllen friss du hast du hast im einstelligen bereich karten das geht gar nicht ja schon du renne mit hat sich fix warum denn jedes mal dieses verschiebt in der karte ich finde das super ich finde das super einfach aus prinzip finde ich das super unfassbar nein du hast doch auch so was von der so die periode christian alles der ente der ente der ente der ente alles gesagt oder du blutest sowas von aus deinem arsch ne ich ich glaube es hackte einfach ja die folge wird definitiv nicht monetarisieren die folge die folge wird niemals enden das ist schon das problem ach heils maul ach sei ich da doch nicht bitte irgendjemand gewinnen nein aber also ich bin schon so weit dass es okay ist wenn christian und Alice gewinnen und nicht ich leute ich hab dich mit weißen karten ich hab dich mit weißen karten ich hab dich mit weißen karten boah ey ich bockst dich so jetzt lasse dich nur mal spielen und dann bockst du nicht ich bockst dich es tut mir leid Alice du wirst es nicht sagen sollen Alice aber hey wir haben gleich Fehler also es zählt immer noch aber du kannst sicher bei grün das ist ein sehr langes zögern ich hab überlegen müssen ähm ähm hm nein 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 doch mach ruhig nein Alice ja gut deinen schluck du ach du dreckiges ihr stinkt doch alle fett nach kaka ja hauptsache wir bleiben bei rot das ist okay ja 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 immer schön bei rot bleiben okay ach mann jetzt muss ich zu grün ach du Fisch grün 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 find ich super geil bleib gerne bei grün ja du hast eh ne plus 4 karte ja ich hab noch zwei andere karten wenn also ich will einfach nicht mehr dann spielst du gegen mich ja das ist korrekt grün 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 ich fand gelb eigentlich immer ganz grün 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 Achso, ja, das geht auch. Eins! Hier kommt die Sonne! Mann, ihr triggert mich heute auch echt bei jedem Lied. Du lässt dich halt triggern, Alice, das ist das Problem. Jetzt schon irgendwie. Hm, Buddha! Wie triggern die Funky-Tunes im Hintergrund? Ja. Wie ist das ähnlich? Die sind viel zu gut drauf. Ich versuch's noch mal. Vielleicht klappt's ja jetzt. Alice, danke. Bitte. In der Hoffnung, dass diese Runde irgendwann mal endet. Alice hält mir auf. Du Arschloch. Du hast doch eh nicht gespielt, wenn wir gegen Kidman gespielt hätten. Ist natürlich jetzt ungünstig. Du wolltest gelb, weil du eine gelbe Karte hattest. Ja, ich wollte ihn weg haben, Mann. Achja, danke. Weil du kein Geld hast. Ich bin nicht. Ich bin nicht. Ich auch nicht. Mann. Weißt du, Hauptsache irgendjemand gewinnt, aber kaum ist jemand kurz davor. Scheiße. Ja, scheiße. Ja. Du hast immer noch diese Plus 4 und das ist schlecht für uns. Na, da ist sie auf mich natürlich. Das ist die Kacke. Ja, das wird ja auch Plus 4. Da ist sie. Ja. Wechselst du vorab. Wechselst du vorab. Abwechselst du vorab. Wird schwierig. Welche? Grün. Ja, grün bin ich dabei von mir. Ich finde diesen Plattenspieler immer schön. Peter guckt das. Ich habe sie super gefunden, wie wir alle gerade gespannt sind. Superfick dich, Kidmer. Leise worden. Superfick dich, Kidmer. Geil. Du bist ein neues Superheld. Ich bin superfick dich, Kidmer. SFK. Es tut mir leid. Nein, tut es dir nicht. Nein, aber ich wollte es für dich so sagen. Bei dir tut es mir mehr leid, als bei dir. Seid mir ehrlich. Es tut mir leid, Christian. Ich kann nicht antworten. Ich kann nicht anders. Ich konnte auch nicht anders. Weißt du, was lustig ist? Du hast jetzt schon zweimal diesen Move gemacht. Ich kann nicht anders, Christian. Ob du schießt mich eigentlich? Ich habe die gerade gezogen. Chi, du hast schon zweimal diesen Move gemacht, genau bevor ich exakt dasselbe machen wollte. Aha, du hast also eine Aussetztenkarte. Okay. Vielleicht. Können wir bitte drehen? Hier wird nicht gedreht. Immer Angst vor Alice und nicht vor dem Dude, der endlich Krache an dir will. Ich weiß nicht, weil du... Kidmer hat Erfahrung. Er hat Angst vor denen, die schweigen. Christian, du bist einfach so ein Grundlieber Mensch. Deswegen kann ich... Ach und ich nicht. Du bist das böse, Alice. Danke. Bitteschön. Danke für das Kompliment. Jetzt wissen wir nicht mehr, was ihr zu tun habt. Ach, ich möchte mal Scheiß grün mal. Ja, Mann. Es grün zu grün. Mag halt... Nein, mag ich eigentlich nicht, aber ich habe halt grün. Was soll ich denn machen? Ach, ich weiß zwar jetzt nicht, ob das gut ist, aber ich kann leider nicht anders. ja es war irgendwie so das war eine doofe idee die musik war wahnsinnig dabei muss beim nächsten mal ausmachen ich habe gerade so gefallen das problem ist bis 20 minuten gehen die runden immer ratzefatze das spiel riecht unsere angst wie sieht der hand aus so auf alles bezogen ich wusste aber die frage steht noch so wie sieht in deiner ja okay gut hat sich eigentlich jetzt erledigt es gibt es gibt schon gründe warum ich mir wünsche dass du nicht zu mir gedreht bist noch jetzt aus bitte bitte ja das möchte ich die runde beenden bitte sie beendet ja ja gott sei dank wer ist eine andere frage gewesen hätte ich sie gehalten trotzdem hart unverdient hart unverdient nein das war verdient so schluss jetzt war das schon eine folge die folge ist lang genug danke fürs zusehen schön wie du schön wie du schön wie du bis zum nächsten folgen bye bye bei 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 Untertitelung des ZDF, 2020